hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge borderlands 2 mit folge 101 nein folge 106 mit dem mong oder nein ich hier aufnehmen achso ja du hast 101 ja ihr bekommt gerade das organisatorische hintergrund geschisse von aufnehmen mit er hat kein plan welche folgen man wo hat genau immer zwischendurch schön aufnehmen sowas nenne ich aber organisation premium wir haben noch questen ja wir von unten nach oben weißt ja in der fridge haben welche und fahnen sammeln haben wir hier nehm echos auf das ist bestimmt was wollte das bestimmt was für mich oder um in der hauptquests weiter ziehen die machen wir noch nicht machen wir noch die anderen die anderen kackdinger unten fertig doch zum glück nehme ich dich auch seit ich bei der interessant gewesen ihr habt gesehen wie ich der teil umbenenne ist extrem spannend fast zu spannend wie kann ich beim ficken zuschauen ey das ist spannend ok ja genau das sind die idolen der rammler so schnell kann niemand kann mir sagen warum ich immer zu wenig sniper money habe weiß ich nicht weil ich zu viele sniper habe deswegen ja wieso fragst du mich dann hallo treff mal es ist krass ich habe ich jetzt wieder lex oh leute getroffen ich muss mal gucken ich habe jetzt nämlich schon wieder lex was geht denn ab dass ich ein scheiß pc junge ich habe keine ahnung was abgeht da wäre nämlich lustig wenn ich jetzt noch mal abbrechen müsste da ist ein wütender zwerg ja ich chill hier gerade und mache nachladen so das ist ein marauder mit unserer neuen schrotze können wir die alle ohne probleme kill wo ist denn da einer noch ich bin voll brain afk gerade verbrenne ja 8000 kris steht da noch da oder ach also ein kopter wunderbar erstens der kopf gekillt und zweitens habe ich vergessen immer wieder skype zu leute klar wenn ich muss kurz nochmals einstellen so da sind wir wieder ich habe jetzt einmal ja jetzt läuft zwar sagte ich kann ich kann borderlands nur mit 60 frames auf dem ich auch so sonst ruckels sonst ruckel ich auch sagen können ja du bist scheiße von dir von die akzeptiere ich nicht sind so hättest eigentlich wissen müssen also ich hole mir das andere memo ganz da hinten ich mache es sind keine memos aus dem quest zu kacknase nein ich hole mir die dinge abholen sie platziere die dünks und flagge auch stimmt ja weg von mir ich spreng ja mal runter rennt sogar zu mir nicht im geringsten nimm dir den generator vor dann zeigen die blad bei dem generator bis die flagge ganz oben scheiße war zeig dem fler was die forthut drauf haben uuuhu treasure one hit immer die andere vorne ja du musst ja auch die fans so ein ding das ich am liebsten natürlich macht die fans was du richtig gut kannst ne fickt ich wohl noch präger ja das kann ich am besten weg dahin wir sind so schön wenig trash unterwegs alter wie lange ich da bleiben muss mir geht der generator gerade kaputt dürfen halt nicht draufschlagen der ist schon tot kein problem auch wenn ich verrecke ja läuft kann ich helfen ist klar ja ich weiß aber ich dir brauchst aber nicht die waffe doch nicht ich sollte nicht so oft nachladen auf damit ja gut bei mir sind irgendwie nicht mehr viele gegner langweilig du bist auch so ein bob du hast die flagge gehisst jetzt zerstöne den generator next next kriegst es nicht dachte ich soll zerstören nein du bist auch so ein bob ne erst mal looten das könnte ja möglicherweise was wertvolles drin sein aber man er hat keine ahnung was war warum das abgeht ich leck das liegt die ganze zeit wenn jemand weiß was los ist kommt nicht zu spät da ist nichts für den scheiß pc und so das kann auf keinen fall sein ich werde anschalten wieder anschalten wie es hätten was wollen die doch von da ist ein Trasher, der mir auf den Sack geht bist mann, nervt ich lad die ganze Zeit, drück die ganze Zeit nachladen dann wirft halt die Waffe weg ähm da bin ich fertig ja, ich auch jetzt muss ich natürlich nachladen boah, gut, wo muss ich lang ich kill noch fix die Ding ja, mach das die Yros-Spacken what the fuck komm, Nomade alter keine Muni mehr ich fang, ich fang schon an die neue Schrotze zu hassen warum? wegen diesem Nachladen-Teil wenn ich nachlade, dass er halt dann ähm dass die Muni weggeworfen wird mindestens die Hälfte weggeworfen warm, Headshot und leckt wieder mann ich steh gleich die Einstellungen runter boah, ich mach das jetzt echt kaum ja, halt nicht, wenn der Goliath direkt vor mir steht nein, nein, bleib hier, bleib hier, bleib hier gut so, Optionen Grafik was hab ich denn da Auflösung ne, das passt schon äh äh v sinkt mal an, vielleicht klappt's dann so, da sind wir wieder ähm mir ist Borderlands abgeschmiert ja weil Nicole ein Kack-PC hat schreibt's ruhig in die Kommentare mehr braucht man gar nicht sagen könnt in die Kommentare auch gern schreiben, dass du dann ein verfickter stinkender Mungo ist so, jetzt kommen Freunde dann schicken wir den mal Liebe äh äh geiiiil Granate ist ja mega geil na, komm, weg aber ist nicht schlimm, wenn die jetzt den Generator kaputt machen, oder? äh, die die ich hab ne, muss man wieder starten ja gut boing 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 ich renne jetzt gleich mal zu dir, ne? ja ja, ich weiß gar nicht, wo ich mich hinballern soll ein badass Nomade, Alter voll der Pro denkt hier, wer der badass Nomade so, hab ihn gekillt ich muss sagen, die ähm SMG, die du aus der Kiste rausgeholt hast, ist echt Pornös kein Ding ich spiel grad mit der RPG, weil es lustig ist ich spiel grad mit der RPG, weil es lustig ist fettes Danke, von meiner Seite ich helf dir mal, ne? ich helf dir mal, ne? ging schnell, oder? so, du kriegst was ab jetzt aber he 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 ah, wo ist noch einer? ich seh den nicht da hinten dran äh, fast hallo, ich hab dich getroffen hallo, ich hab dich getroffen shit ach, da oben Achtung, Selbstmordzwerg voll spektakulär Alter, man drückt die da oben ne Ballert mich'n da ab nein das war knapp wo sind noch Gegner? äh, oben nein, hinter dir steht noch einer was? wo? nach da treff ich grad nicht hallo, karekste du musst den Generator wieder anmachen, du Kacknase, ne? ist der aus? wenn du zuhören würdest, wüsstest das, ne? ja, das wüsstest du aber auch nicht doch das brauchst du gar nicht mehr das hab ich grad ihm gesagt ja, scheiß doch, mach halt wieder an oh, ey auf dich zu beklagen da liegt die Rede um, wieso sammelst du das nicht auf? weil ich hier oben stehe, du Kacknase ich hab mir gesagt, da liegt die Rede um geh runter und sammel auf BITCH BITCH ich bin oben, richtig geile Feuerschutz fuck nochmal, das down merkst du, was ich meine mit Feuerunterstützung? nö was meinst du? ich spür hier gar nix ein badass zwerg ja man ja man, so ein wolmer pam 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 im nahkampf gekillt da sind noch welche da sind noch welche lol, grad lags gehabt grad lags gehabt machst du wieder an ich komm nicht runter wie unfähig bist du und du lagst grade richtig hardcore das ist n Scherz, oder? kannst du mal kurz kannst du mal kurz da sind noch mal kurz und du mal kurz das war ich weiß was da ist